Musik Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich wieder einen Make-Up-Look für euch. Und zwar habe ich die ganze Zeit ein bestimmtes Gelb gewollt. Und zwar dieses Gelb hier von MAC. Das nennt sich Chrome Yellow und ist matt. Das wollte ich die ganze Zeit haben, weil ich so gerne tolle Looks machen wollte damit. Und meine liebe, nette ältere Schwester hat mir das gekauft. Und ich musste es natürlich sofort, sofort ausprobieren und sofort einen Look damit machen. Like, oh mein Gott. Ich wollte das schon die ganze Zeit haben. Und als sie mir das mitgebracht hat, habe ich mich super gefreut. Na ja, auf jeden Fall. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit diesem Make-Up-Look an. Der war auch gar nicht mal so schwer. Also easy peasy. Let's go. Der war auch gar nicht. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.